Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern kamen die Patch Notes raus und das Internet brennt, Twitter brennt. Diablo Community ist übertrieben sauer und das aus einem ganz guten Grund. Und ich werde hier mal ganz kurz zusammentragen, was geändert wurde, was gut für uns ist und was geändert wurde, was sehr schlecht für uns ist und wieso die Community am Brennen ist gerade. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den positiven Sachen an, weil da gibt es schon ein paar. Es gibt auch ein paar Enttäuschungen, da komme ich gleich auch noch zu, aber fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. Es ist genauso wie vorher gesagt wurde, die Lilich-Statuen sind jetzt accountweit und auch die Gebiete, die ihr freigeschaltet habt, sind auch accountweit. Das heißt, wenn ihr auf einem Charakter alle Gebiete freigeschaltet habt, dann habt ihr die auch auf allen anderen Charakteren freigeschaltet. Das macht für jeden neuen Charakter, den ihr jetzt erstellt, die Karte komplett offen. Finde ich ganz gut, weil man durfte, die Nummer komplett neu aufzumachen. Das habe ich tatsächlich mit dem Druiden auch erst auf Level 100 gemacht. Das ist das Vergangenheit und das wird es jetzt in Zukunft nicht mehr geben. Die Flüstertruhen werden keinen Siegelpulver mehr geben, das ist nicht so interessant. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Flüstertruhen einen besseren Loot haben. Inwieweit das stimmt, habe ich jetzt noch nicht geprüft, aber das freut mich, weil die Flüstertruhen habe ich ganz gerne gemacht. War immer so eine schöne Side-Quest, den flüstern im Baum zu machen. Um einen Dungeon jetzt zu verlassen, dauert es keine 3 Sekunden mehr, sondern 5 Sekunden. Das finde ich ein bisschen schade. Dass das jetzt nochmal ein bisschen länger ist, kostet halt einfach Zeit. Man wird sowieso immer, wenn man Interrupted wird, wird man auch innerhalb dieser 3 Sekunden Interrupted. Das hat jetzt glaube ich keinen signifikanten, macht keinen signifikanten Unterschied, außer dass es halt immer wieder 2 Sekunden länger dauert. Eine Sache wurde geändert, die ist extrem wichtig für alle Nahkämpfer. Monster hatten öfters mal das Problem, dass wenn sie angegriffen haben, dass sie wild rumgelaufen sind, weggelaufen sind und so. Das passiert jetzt viel weniger und gerade für Nahkämpfer, ich rede da so vom Barbaren zum Beispiel oder vom Rogue, bleiben die Gegner näher an euch dran und laufen nicht so viel hin und her. DualSense 5 Support wurde jetzt für den PC hinzugefügt, also wird jetzt Supporter, finde ich ganz cool. und die Renowns, also das Ansehen hier, wurde angepasst. Können wir hier auch mal gerade sehen, deswegen habe ich auch hier gerade direkt was offen. Neben Dungeons geben jetzt 60, das habe ich mir doch gar nicht angeguckt. Neben Dungeons geben sie jetzt 60 und neben Quests geben jetzt 30 Renown. Das war vorher 30 und 20. Boah, die haben hier neben Dungeons auch 60 erhöht, das ist krass. Aber wir wissen ja schon, dass da noch mehr Level kommen werden mit der Season, deswegen macht es ja Sinn, dass sie die neben Dungeons so krass angehoben haben. Habe ich jetzt hier noch mehr? Guck mal, ich habe jetzt hier alles abgeschlossen. Wie witzig. Okay, World Tier 2 gibt es eine kleine Anpassung. Anstatt 15% mehr Gold gibt es 20% mehr Gold und 15% mehr Chance, dass die Monster Items droppen. Die Erfahrung für die Flüsteraufgaben wurden auch nochmal signifikant increased. Das war ja in 1.0.4 schon der Fall, wurde nochmal erhöht. Ich hatte auch das Gefühl, dass nicht so viel erhöht wurde. Jetzt auf jeden Fall nochmal mehr. Dann eine Änderung, die stand gar nicht in den Patch Notes drin. Die Siegel wurden komplett ausgetauscht, also es gibt keinen Niedergang der Champions mehr, keine Blindhöhlen, kein Schattenfall, kein Hexenwasser, gibt es alles nicht mehr. Es gibt jetzt komplett neue Siegel. Ich habe bisher ein paar gemacht, ich habe noch keins gefunden, was ich richtig cool fand. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, bitte macht das. Wenn ihr ein Siegel habt, was richtig cool ist, was so ein bisschen ist wie Blindhöhlen oder Niedergang der Champions, lasst mich auf jeden Fall mal unten in den Kommentaren wissen. Das sind Community und ich, wollen auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen noch die erhöhten Erfahrungen ausnutzen. Und dafür wäre es schon gut, hier die richtigen Siegel zu haben. Und das war es eigentlich schon mit den positiven Änderungen. Es wurden keine neuen Boxen hinzugefügt, das hatte ich mir ultra gewünscht. Immer nur noch vier Boxen, meine Boxen sind voll, ich weiß nicht, wieso die nicht mehr Boxen reinbringen. Keine Änderungen an der Menge an Charactern, die ihr erstellen könnt, es sind immer noch zehn. Und Juwelen müllen immer noch euer Inventar voll. Ich weiß, ja die Änderung kommt erst aus Season 2, das wurde schon bestätigt von den Developern, aber ich verstehe nicht, wieso das nicht jetzt schon reingebracht wird. Ist das so schwer zu programmieren? Ey, bitte bringt das rein. Die Juwelen müllen einfach alles voll. Kein höheres Level, keine höheren Level für die Gems, nix. Also kein neuer Content, was das angeht. Und jetzt muss ich den Elefanten ansprechen, der hier im Raum steht und das sind die Erfahrungspunkte. Es wird in Zukunft kein Boost mehr geben. Die haben jetzt die Erfahrungspunkte nochmal angehoben bis zu Beginn der Season. Das heißt, wenn ihr jetzt noch einen Charakter hochleveln wollt, hochboosten wollt mit einem Kollegen, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Ich blende das mal hier ein. Ihr habt jetzt die Möglichkeit nochmal extrem viel Erfahrung zu bekommen, in höheren Dungeons und eure Kollegen zu boosten. Das wird ab Start der Season nicht mehr möglich sein. Dort werdet ihr nämlich nur noch Erfahrung bekommen von Monster, die 10 Level über euch sind. Das heißt, selbst wenn euer Kollege Monster killt, die Level 120 sind und ihr seid nur Level 10, kriegt ihr nur die Erfahrung von Monster Level 11. Zusätzlich hatte ich schon öfters gepredigt, dass eure Gegner immer 3 Level über euch sein sollen, damit ihr 15% Erfahrungsboost bekommt. Das wurde auch geändert. Jetzt gibt es pro Level, dass das Monster über euch ist, 1,5% bis zu 10 Level. Das heißt, um den maximalen Boost zu bekommen, muss das Monster 10 Level über euch sein, damit es 15% mehr Erfahrung gibt. Ja, also Erfahrung mäßig wurde da extrem viel geändert. Zusätzlich ist es so, dass es vorher so war, dass Monster 85% KP, also mehr Kraftpunkte hatte, Lebenspunkte, wenn ein Kollege bei euch war. Das wurde auf 100% erhöht. Das heißt, wenn drei Kollegen bei euch sind, hat das Monster 300% mehr Leben. Da drei Leute durchboosten, wird richtig witzig. Weiß ich auch nicht, wie ich das finden soll. Ich habe das Gefühl, allgemein wird man extrem dafür gepunished, dass man Multiplayer spielt, in einem Spiel, was komplett auf Multiplayer ausgelegt ist. Es gibt ja keinen Offline-Modus. Man kann nicht mehr boosten. Ich finde das mit den Boosten gut, aber wie soll ein Level 60er jetzt mit einem Level 90er zusammenspielen? Das macht ja fast keinen Sinn mehr. Die Höllenflut wurde auch nochmal extremst gedubufft, also extrem den Nerf. Die Monster sind jetzt drei Level über euch, was in Zukunft dann auch keinen großen Unterschied mehr haben wird, was die Erfahrung angeht. Die geheimen Kisten kosten jetzt anscheinend 175, 250 Glut. Mir wurde gesagt, gestern brutal hat er es ausprobiert, dass Glut zu bekommen viel schwieriger ist. Man kriegt viel weniger Glut und der Inhalt der Chess wurde auch nicht angepasst. Also die wurden nur erhöht, die Kosten, aber der Glut ist derselbe. Also für mich ist Höllenflut damit jetzt wirklich tot. Ich bin froh, dass ich in den letzten Tagen Höllenflut nochmal richtig gesuchtet habe. Ich habe jetzt nochmal 300 vergessene Seelen. Das sollte glaube ich erstmal reichen für die nächsten Wochen und Monate. Und jetzt kommen wir zu dem Nerf, wieso das Internet brennt. Jetzt habe ich schon 7-8 Minuten gelabert, aber jetzt kommt... Kritischer Trefferschaden wurde um 17% verringert. Und Schaden gegen verwundbare Gegner wurde um 40% verringert. Das ist fast eine Halbierung. 40%! Alle Builds, die auf Verwundbarkeit ausgelegt sind, sind tot. Ich muss sagen, mein Bild hier mit dem Pulverisieren, der funktioniert noch. Ich mache zwar keine 5 Millionen Schaden mehr, sondern nur auf 2 Millionen. Aber es ist nicht so ein krasser Nerf wie zum Beispiel für den Knochensperr vom Totenbeschwörer. Ich hatte hier zum Beispiel immer den Ring. Hier, Kretschaden, war immer bei 31,5. Das war immer Max Roll. Das ging jetzt runter auf 26,2. Das haben 5% hier runtergegangen sind. Und für Verwundbarkeit 40% runter. Also Verwundbarkeit kann man eigentlich vergessen. Spielt keine Verwundbarkeit mehr. Da wird es demnächst bestimmt andere, neue Builds geben. Ich gehe stark davon aus, dass Überwältigung ein Thema wird. Weil Überwältigung richtig krass ist. Überwältigung kriegt man auf 700% hoch. Damit kann man richtig krass Schaden machen. Und das war es schon mit den Änderungen. Wurde zwar groß damit geprallt, dass 6600 Zeichen in den Patchnodes ist. Aber wenn man sich die Patchnodes mal anguckt, kann man auf jeden Fall sagen, dass 4000 Zeichen davon einfach nur irgendwelche Sachen, die gefixt wurden, da vorkommen. Die haben 1000 Sachen gefixt. Und da muss ich auch nochmal sagen, bin ich froh drüber. Weil es schon hier und da viele kleine Problemchen gab. Bin ich mal gespannt. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen smoother an, das Spiel. Mir wurde gesagt, dass für die Playstation 4 das Update 5 GB war. Für die Playstation 5 war es 10 GB. Und dass für die Playstation 4 das Spiel jetzt ein bisschen schlechter läuft. Lasst mich ja gerne mal eure Erfahrungen zu unten wissen, ob für die Playstation 4 wirklich das Spielegefühl jetzt schlechter ist. Und das war es mit den Patchnodes. Klar gab es auch noch extremst viele Änderungen zu Aspekten, zu den ganzen Charactern, zu den ganzen Attacken und so. Das lasse ich jetzt hier alles weg, dass wir den Rahmen sprengen. Außerdem gab es natürlich die 6 neuen Items, die 7 neuen Aspekte. Alles Müll meiner Meinung nach. Nichts Geiles dabei. Über die Orbs werde ich im gesonderten Video drüber sprechen. Orbs sollen wohl richtig krass sein. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich würde extrem eure Meinung interessieren. Lasst mich auf jeden Fall unten wissen. Lasst ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.